Fachbegriffe in unter 120 Sekunden erklärt. Heute bedürfnisorientierte Erziehung. Die bedürfnisorientierte Erziehung versteht sich grundlegend als eine Haltung im Erziehungsprozess. Sie charakterisiert sich dadurch, dass eine Sensibilität auf die Bedürfnisse der Menschen gelegt wird, welche am Erziehungsprozess beteiligt sind. Es geht dabei also nicht nur um die Bedürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen, sondern um die Bedürfnisse aller Menschen, die am Erziehungsprozess beteiligt sind. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse sind gleichwürdig und jeder Mensch hat das Recht auf die eigenen Bedürfnisse. Die Bedürfnisse des Kindes haben grundlegend den gleichen Stellenwert wie die Bedürfnisse eines Erwachsenen. Vor allem im Bereich der frühkindlichen Bildung ist es wichtig, eine grundlegende Sache zu verstehen. Es herrscht eine ungleiche Machtverteilung zwischen erwachsenen Personen und Kind. Das Kind ist also massiv abhängig von Erwachsenen. Das führt zu Problemen. Wenn Erwachsene die Bedürfnisse der Kinder nicht wahrnehmen wollen oder überhaupt nicht darauf sensibilisiert sind, dann hat das Kind keine Chance und ist sozusagen ausgeliefert. Die bedürfnisorientierte Erziehung knüpft hier an. Im ersten Schritt geht es also erstmal darum, diese Dynamiken zu verstehen und die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und diese zu kommunizieren. Es geht nicht darum, sie um jeden Preis schnellstmöglich zu erfüllen. Das ist in den meisten Fällen auch gar nicht möglich und würde zu einer destruktiven Selbstaufgabe der erwachsenen Personen führen. Es geht dabei um die Haltung und Sensibilität, dass hinter jedem Handeln und jeder Interaktion eines Menschen ein Bedürfnis steckt. Es geht darum, dieses Bedürfnis sichtbar zu machen, zu kommunizieren und die unterschiedlichen Bedürfnisse des Menschen untereinander abzugleichen. Das führt zu mehr Verständnis, einem friedvolleren Zusammenleben und allen voran einer empathischen Grundhaltung.